Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder GTA Online. Also ich glaube, ihr wisst noch gar nicht, dass ich GTA Online spiele. Auf jeden Fall spiele ich das. Und in GTA oder in GTA ist heute Weihnachten und wir bekommen ein Geschenk. Also wir bekommen viele Geschenke, unter anderem aber ein Auto und den möchte ich jetzt gemeinsam mit euch kaufen, denn ich habe nirgendwo gefunden, also ich habe den roten auf YouTube gefunden, den blauen und den grünen, aber nicht den pinken und den gelben, den orangen und den weißen und den schwarzen auch nicht. Aber dadurch, dass ich mir schon ein oranges Fahrzeug gekauft habe, möchte ich jetzt gerne das pinke kaufen und ich bin mega gespannt, wie es aussehen wird. Der erste Klick ist, oder wie heißt der Klick? Wappet Klick? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der erste ist auf jeden Fall kostenlos. Er steht hier oben 0 Dollar. Falls ihr alle Arten von dem Weihnachtsklick haben wollt, dann kostet der, glaube ich, um die 900.000. Wir bestellen ihn aber jetzt erstmal kostenlos in der Farbe Pink und ich bin mega gespannt, wie der aussehen wird. Dazu müssen wir in meine Garage. So, ich war jetzt so zwei Minuten in meiner Garage und... Oh mein Gott, Leute! Das ist er, der absolut pinke Wappet Klick. Oh mein Gott, er ist mega! Ich glaube, die Schleife geht irgendwann weg. Also, keine Ahnung, wenn nicht, sieht es ein bisschen komisch aus. Aber der sieht mega nice aus. Ich finde es richtig cool für ein Auto, das einfach so einen Sammlerwert hat. Finde ich das mega toll. Wir setzen uns mal rein und sogar innen drin ist alles pink. Oh mein Gott! Es ist richtig cool. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den in pink findet. Ich habe auch gerade schon nachgeguckt, was es kostet, wenn wir den jetzt nochmal kaufen würden. Und er kostet jetzt 909.000. Also, wenn ihr mehrere von den Klicks haben wollt, dann kostet der ab dem zweiten, der kleine Mann, 909.000. Oh mein Gott, es ist Wahnsinn. Man kann hier kein Video filmen, ohne dass irgendwie gefühlt fünfmal irgendwelche NPCs anrufen. Dann war es das aber auf jeden Fall schon mit diesem Video. Ich wollte euch den pinken einfach nur zeigen, weil ich, wie gesagt, auch gesucht hatte auf YouTube, wie der pinke aussehen wird. Und ich habe ihn mir einfach mal gekauft. Dann war es das mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!